jetzt kann man noch einmal richtig hart verlieren naja aber es ist ein einraum objektiv das kann man ja gut das geht ach ich starte sowieso in schutzbarrikade ist der einzige ort wo du nicht gespawnt werden kannst so einfach mr jojo fan und ihrer juck bei ihrer juck mal was sind unsere gegner der sport ja rolex boi 2010 alter rolex boi ach du gott er hält sogar noch so rolex ist aber so kinder direkt erschießen das müssen wir überhaupt gegen so leute können wir nicht verlieren das geht nicht ich glaube keller ich glaube nicht serverraum ich bin mir sogar sicher dass es nicht der serverraum ist dann kann es auch nicht unten sein zwischen oben ich habe sie in visa von unten gehört aber wahrscheinlich sind sie dann oben da der visa was ist das dann kaputt ist eine blöhrung haben nicht rausgeschossen ist an der wand zerschellt ja natürlich sind sie ganz oben ich bin ja auch vermeiden ey wie oft soll ich die noch treffen bis ihr stirbt das gibt's doch nicht ich sag es 184 mal das gibt's ja nicht was kriegt der rolex boi kriegt mich ich will den aber einfach mal was gehen muss kann man ja es ist ein rolex boi noch drei mehr dann ist aber beeindruckt das kann ich da wieder nicht hin ja aber da rein ist auch wieder blöd ich mache nur scheiße ja das stimmt wenn ich sie so lang wenn du in die küche gehst mark ist geradeaus zu einer auf jeden fall gewesen wir haben die küchen da drunter gerade der kapital da drunter gerade der kapital da drunter ja 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 ne ja � von juni noch drinnen in bist du schon mal rein klein ne ja du bist weg vom kamer die sehen dich ja das ist egal hier Das ist nur noch einer. 10 Sekunden. Scheiße. Resume securing the container, once the threat is neutralized. Gerade zu, denke ich. Gerade zu, denke ich. Gerade zu sein. Alter! Ja, ich muss mehr reinrennen. Ja, da rechts. Natürlich. Das war blöd. Das hätte ich haben müssen. Der Club Garagé. Ja. Ja. Gerade schön am Regnen hier. Recht? Ja. Ist das ja das Gefühl, jetzt ist schlagartig der Sommer vorbei, ne? Ja, in den letzten Tagen ist es echt kalt und regend. Tagsüber ist es aber recht warm hier. Ja. Jetzt ist es ganz schwül. Ja. Ist das richtig kalt? Ist aber eigentlich ideal. Nacht ist es kalt, dann packt ihr was warm und sonnig. Ja. Ist das jetzt so richtig schwül? Ist das so richtig? Der macht da die Wand weg. Wie ist das? Ja. Mute mal das Drohnenloch hier. Ja. Hm. Was geht denn mit dem hier? Eigentlich schade. Hier hat man einen schönen Winkel auf den Truck, wenn man hier aufmachen würde. Jawohl, ich hab's zerstört. Nehmen sie die weit entfernteste Wand. Ah, sie ist kaputt. Was ist hier sonst keiner aufgemacht? Sie sind alle da draußen, ne? Offensichtlich nicht. Ja. Jackal upstairs. Ich hab Jackal schon links, ey. Oh, das gibt's doch nicht. Yellows, der ist draußen. Es ist Thermite, da liegt an der Wiese. Thermite, sehr low. Scheiße. Dreck. Dreck. Voll fähig. Alter, das ist... Die Frage ist, ob der durchs Tor kommt oder durch die Stairs, ne? Ja. Guckt der andere aufs Tor, oder? Ich guck aufs Tor. Ich guck aufs Tor. So, Marc, du musst das... Ah, okay. Weil du sendet. Deswegen war ich ein bisschen... untypisch für dich. Ich brauch meine P7 jetzt. Sehr gut. Hat die Tür aufgemacht, bist der? Störsender. Der ist wohl losgegangen. Der wollte rein drohen, kann aber nicht. Ich... Echt. Ruhig immer leid. Ist ja dein Kill. Vor allem mal dieses... Dieses HP-Gelaber. 5 HP. Es ist so egal, ob der 5 oder 5000 hat. Das ist... Weißt du eigentlich, dass er 5 HP hat? Das kannst du so genau gar nicht sehen. Ja. Naja, eher vielleicht, weil er irgendwie Hacks hat. Ja. Ey, guter Einwand melden. Das fand ich sehr verdächtig. Hast du recht? Äh, Marc, warst du dabei, wo wir gesagt haben, dass wir den Dirty KD nicht mehr spielen? Äh... Ja, doch. Hat der Gunnar, glaub ich, gesagt. Ja, genau. Das ist, glaub ich, echt besser, ja. Ja. Ich weiß echt nicht, was die da als Hack-Klassifizieren, ne? Ach, deswegen ist er auch schon raus aus der Gruppe sich gerade, ne? Ist er raus? Oder ist er online? Ne, der ist raus. Der ist raus. Aber ich hab ihn nicht rausgeworfen. Aber ich hab ihn nicht rausgeworfen. Waren wir ihm nicht gut genug. Aber du müsstest doch eine Meldung kriegen, wenn einer lief, oder? Ne, das ist optional. Wenn du ihn aber nicht gekickt hast, ich glaub... Kann der Gunnar locken? Ich kann keinen kicken, glaub ich. Du traust mir ja nix zu hier. Ich hab mir keine... Gottrechte. Ja, dann... Dann waren wir im letzten Mal zu schlecht, denk ich mal. Ja. Ja. Ja, umso besser hat das Problem mal... ...gelöst. Ja. Wobei wir zu schlecht, ich mein, er hat auch nix geleistet, ne? Der hat gar nix geschafft, der Typ. Der war voll schlecht. Ohne Scheiß geht's. Alleine schon, wenn mir einer sagt, du hast die 30%ige Chance, das Spiel zu gewinnen. Da sollen wir nicht mehr sagen, wo meine Chance liegt. Das ist zwar anstrengend. Das ist ein typisches Beispiel dafür, dass Leute nicht verstehen, wie Statistik funktioniert, ne? Das ist völlig egal. Weil Statistik nichts über Einzelfälle aussagt, ne? Ach, ist hier unten, ne? Ja. Ja. Ja, wie gesagt. Das Loch hab nicht ich gemacht, Ige, ne? Das Fenster. Das ist wahrscheinlich... Ja. Ich wurde entdeckt. Können wir aber gar nicht... Können wir hier entdeckt werden? Ah, die haben ein Loch gemacht überm Eingang. Wär die auch gespottet. Die müssen ja draußen in die Vakery-Camp haben oder so. Kann sie wahrscheinlich auch. Und los! Ja. 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 Ich weiß nicht, wieso der nicht gefallen ist, ey. Ich hätte ja so gerne den Ees versaut. Aha! Ja! Und ich hab die aufgenommen! Yippie! Ich hab's aufgenommen, aber da sieht man nix. Da sieht man nur, wie ich draußen rumstehe und drohne. Ja, du siehst ja oben rechts nicht die Killzone. Das reicht ja. Das reicht! Ne, der ist retuschig raus. Schreibe ich überall den Mark rein. Ich muss mal die Tonspur ändern. Der Mark dann am Ende sagt, ey, es! Ja! Sag mal, ey, es! Damit ich den Aussager hab. Ey, es! Sehr gut. Mit so einem Elan möchte ich gerne mal sehen, wenn er das geschafft hat. Ey, es! Ey, es schon wieder. Ich hab mir doch geschworen, dass ich es nicht mehr zum... Es war aber geil. Weltkrieg geht da oben am Fenster und drohend. Secure the room. Ich spring rein, während einer beschießt, weil ich aus erschießt den. Da kommt einer aus dem, ähm, aus dem Balkonraum oben. Dann kommt der, äh... Dann kommt Kavera von unten hoch. Die fang ich ab. Ja, und dann der letzten. Alter, das ist so krank gewesen, dass ich das vielleicht nie wieder schaffen. Ganz lebendig. Ich hab auch zwei Wände fällt mir da ein. Mach mal da auf. Derrick, der Rund ist es. Ich bin der Rund auf. 10 Sekunden. 10 Sekunden! Reloading! 5 Sekunden left. 3 Sekunden! Die Rund ist entwärmung. Der Rund hat den Biohazard. Da ist ein Blockbetrieg. Ein Blockbetrieg. Ja, sehr gut. Na, Mira. Activated device. Oh Gott, das ist jetzt schon ein bisschen. Das ist toll. Guck mal, im ACOG kannst du hier vielleicht ganz gut gucken, wo ich hier bin. Ja, da werde ich vorhin durch die Tür von hinten erschossen. Ja, ich weiß, das ist ein Risiko. Ja, warte, du sagst, Sherlock. Aber ich habe schon ziemlich viele weggeholt, das ist für den ganzen Verkehr. Wo war denn das? Garage-Groß. Das ist anders. Ich stehe die Luque, ja. Aber der macht jetzt das Tor um. Geht den Treppenhaus. Ja, nur ein bisschen aufgeschossen. Ah, okay, von hinten. Ach, Jackal, natürlich werden sonst. Nein, das ist noch ein Back. Nein. Please device. oder beruhigt sich gar nicht mehr bei mir ist es aus war dann ja lustig schon jekyll-deft Hinten ist einer bei mir im Server rum. Ich hoffe, mit dem komme ich klar. Muss ich kurz in die Tür stellen, kann ich dich heilen. 10 Sekunden, go. Danke dir. Sehr geil. Habe ich hinten im Zaunerraum noch zwei weggeholt. Erst Jekyll und dann Sophia. Oh Gott. Ernsthaft. Oh Gott. Was? Ist die nach oben weg? Gravitation irgendwie in die falsche Richtung. Easy. Alter, wir haben heute alle Matches nur gewonnen, ne? Ja. Mega cool. So, Max, siehste, guck mal, jetzt sieht man das genau. Ich bin ganz warm gespielt, du bist jetzt da unten. Ja. Getroffen. Ich auch mit 38 Prozent. Ich darf auch mal. Alter, ich darf mal leben lassen. Vielleicht muss ich jetzt immer für jeden einfach mal acen oder so. Das wollte ich ganz mehr. Aber ich höre heute auf. Und der Gunnar so mittendrin so. Oh. Ja, ich hab's auch. Ich konnte ja keine Punkte machen, weil ich dich hier heilen musste. Ey, das war aber, das war verdammt gut, dass ich die beiden hinten weggeholt habe. Die hätten uns böse in den Rücken fallen können. Weil, wenn die über die Küche dann plötzlich angreifen, das ist schon eklig, wenn sie von zwei Seiten kommen. Ja, was weiß. Vor allem, wenn sie koordiniert gleichzeitig kommen, ne? Ja. Ich auch, was weiß es. Der Narr. Ich hab'n Valkyrie Headgear Skin Rock Shocker. Ja, aber ich trage mal einen Screenshot von. Da kann der Gunnar aber kaum erwarten, dass sie... Ja. Von mich. Schöpfe ausreichend. Verk Ethi": Ja.